Moin Moin, so jetzt geht es wieder weiter mit Assassin's Creed. Wir machen heute die Geschichte, die Mediengeschichte. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je vermöglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia, jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Kein Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariqs Männern. Die verbogene Stadt. Bei der Verfolgung von Manuel hat Ezio eine Region namens Kappadokien erreicht. Finden Sie die vermissten omanischen Spione und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um die Templer aufzuspülen. Nicht entdeckt werden. Okay, neue Bücher sind freigestaltet. Neuer Schmied. Schneider haben wir auch neu. Okay, das heißt, es ist noch sechs. Sechs. Zehn. Das war's. Der hing da am Turmgeländer, das war so lustig. Das war so eine coole Stadt. Die Neue bei Despuina kommt aus Polen, oder? Land, groß, hübsch. Und man versteht kein Wort, das sie sagt. Oder lag das am Wein? Ande, chassu! Oh, nicht mit mir! Endlich mal jemand mit Mut im Prinzipien. Weg hier! Andere Richtung! Verschon mich! Nein! Grädiger Gott! Ich muss hier weg! Oh, Grundgütiger! Verdammt, ich hab damit nichts zu tun! Katera, ein Achasine! Ich muss hier verschwenden! Schnell! Wie ist der Wettbewerb? Ach, ach, ach! Ach, ach! Verrückt, ganz weit. 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 Die neuesten Erkenntnisse der Medizin, Alchemie und Säftelehre stehen ihr für euch bereit. Verrückt, ganz weit. Verrückt, ganz weit. Schneider. Verrückt, ganz weit. Seht die Komplexität dieses Musters. Nur Kunsthandwerker betreiben Handel in meinem Geschäft. Jo, hallo, 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 hallo. So, dann haben wir das gekauft. Jetzt ist die Frage. Ja. Wie geht uns was hierhin? Ein Irrer. Ein Irrer. Was hat der alte Irrer vor? Was hat der alte Irre vor? Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt? Die beste Heilung. Trotz der aktuellen politischen Differenzen konnte ich einige Werke der Philosophen aus Israel beschaffen. Meine Freunde, ich zog an den Hofe Ismaels und hat nur große Be- Das ist nicht so viel Geld. Uh. Ich halte dich im Äußerst befriedigend. Okay. Ich halte dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020